Ja, das tut mir leid für den. Was ist das denn für ein Tier? Ich finde, im Bundestag sollte jede Sitzung eine Bütte sein. Dann können wir wenigstens darüber lachen. Außerdem war ihre Rede ehrlich und hat den Punkt getroffen. Respekt, sage ich nur. Also Kollektiv 420, wo er recht hat, hat er recht. Und manchmal haben wir Reden im Bundestag, da kann man nur anschließend sagen Elau, Alaaf, was gibt's noch noch und überhaupt. So, das ist gut. Hat jemand schon einmal Maria Agnisch-Track-Zimmermann und Theo Koll zusammen in einem Raum gesehen? Ja, Leute haben Stil und haben beide einen guten Friseur. ZDF Heute Show. Die FDP halbiert ihr Ergebnis von 2017. Der Markt regelt. Ja, das ist Heute Show. Was soll man dazu sagen? Der Markt regelt nicht alles.